Was jetzt in Afghanistan geschieht, viele, die eine Hoffnung hatten auf ein besseres Leben, ein bisschen mehr Rechtsstaat, ein bisschen mehr Demokratie, auf die Möglichkeiten, dass sich jetzt 20 Jahre jährt, die Bilder von den Anschlägen auf das World Trade Center nicht vergessen, die Bilder nicht vergessen von den Menschen, die, weil sie nicht verbrennen. Es fängt damit an, wenn man anfängt, über Menschen zu lästern, weil sie anders aussehen. Es fängt davon an, wenn man pauschal von den Mordern...